Willkommen zu diesem Gratis-Webinar Chartered Financial Analyst CFA Level 1. Und zwar gehen wir ein auf Equity. Was geht hier ab? Ich werde speziell auf ein Reading von Equity eingehen, nämlich das Reading derzeit 41. Equity Valuation Concepts and Basic Tools. Und zwar gibt es dort drei Gruppen, drei Arten von Modellen, auf die wir eingehen werden. Zum einen die Modelle, wo und bei denen abgezinst wird, wo wir also hier die Dividenden der einzelnen Jahre nehmen und auch den Preis am Ende der Laufzeit, wenn es eine endliche Laufzeit geben sollte und diese dann abzinsen, das heißt die Barwerte der einzelnen Zahlungen berechnen und dann die Barwerte entsprechend addieren. Dividend Discount Model. In diesen Barwertmodellen gibt es auch die Möglichkeit, dass die Dividenden entsprechend anwachsen. Gordon Growth Model. Das heißt, wenn wir hier eine Wachstumsrate der Dividenden unterstellen, dann wären wir bei Gordon in dem Bereich, dass wir bestimmte Bewegungen im Zähler haben und die Formel natürlich entsprechend interessanter werden, um es hier mal nett auszudrücken. Dann gibt es noch Multi-Stage Models etc. So, das ist die eine Größe. Die andere Größe, die Multiplier Models, wo wir dann hier entsprechende Price Multiples haben und entsprechend anders, völlig anders vorgehen, um hier das Eigenkapital, das Equity zu bewerten. Das heißt, nicht als Barwerte von irgendwelchen Dividendenzahlungen, sondern im Rahmen von Vielfachen von Price Multiples. Das ist das zweite große Modell. Und dann gäbe es noch ein drittes Modell, was nicht mehr so groß hier dargestellt wird, die Asset Based Valuation. Das heißt, die Bewertung anhand von dahinterstehenden Vermögenswerten, um es mal hier so auszudrücken. All das, das in diesem Gratis-Robinar, wo es um Equity, also hier geht, nämlich Equity Valuation Concepts and Basics Tools, derzeit Reading 41. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin.